Nein, der Hammer ist ja wohl, dann hat er mir was von seiner Scheidung erzählt und dass es ihm so schlecht geht und so dreckig und voll das intime Zeug und was nicht alles. Das ist doch nicht mein Problem, entschuldigen Sie mal. Also wenn Ihre Mitarbeiter sich trennen, ja dann, 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 dann schicken Sie die gleich zu den Kundinnen oder was, ja? Machen Sie das immer so bei Ihnen, ja? Aha. Ist ja interessant, ja? Ach. Der Hammer ist ja noch... Ne, jetzt hören Sie mir mal zu, ich bin noch nicht fertig, ja? Der Hammer ist ja wohl, dass Sie mir jetzt auch noch das Telefon abgestellt haben. Weil ich angeblich im Rückstand bin. Im Rückstand, ja? Was soll denn das bitte heißen, im Rückstand? Ich meine... Bitte? Ja, das haben Sie mir so begründet, im Rückstand. Ich meine, bin ich in Fußballspielen oder was, wo alle reintreten dürfen? Ich komme mir langsam mal so vor, ja? Ist was. Ist nichts. Ist nichts. Verstehst du doch eh nicht. Das süße kleine Mädchen ist traurig. Es will Mami und Papi nicht verpetzen. Und deshalb muss das süße kleine Mädchen auch bald wieder gehen. Dann lass mich doch in Ruhe. Ich hab keinen Bock mit denen zu labern. Prost an Mami und Papi. Das ist ein blöde Wichser. Was ist das? Das ist Wasserfarbe. Der Sack hat dir scheiß Wasserfarben verkauft. Wasser, wenn ich dachte... Mann, ich kenn mich mit dem Scheiß auch nicht aus. Ich kenn mich mit dem Scheiß nicht aus. Ich will, ich muss heulen. Bäh! Liebe Klau, ich weiß nicht, ob ich der Wüfe reichen will. Du bist zu spät. Du bist zu spät. Ich bin, ich will, ich weiß nicht, ob ich der Wüfe reichen will. Du bist zu spät. Du bist zu spät. Ich kann mich mit dem Scheiß nicht aus. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020